Kufen knirschen, Glitzereis. Hier läuft jeder Schlittschuh heiß. Auch Halsen lieben diese Bahnen und sind wie ich im Eislaufbahn. Und Jack, der Eispolizist, hat hier das Sagen. Einmal Kreisverkehr, einmal Kreisverkehr, einmal Kreisverkehr, hier einmal Kreisverkehr, super! Stopp! Stopp! Hiermit erhalten Sie offiziell eine eispolizeiliche Verwarnung wegen zu lautes Lächeln. Ja, Flieger! Sehr schön! Montags ist Kindereislauftag und abends zeigen die Kinder vom Kölner Eisklub ihre Künste. Montags ist Kölner Eisklub Pirouette! Eisstockschießen ist in! Bis 8. Januar könnt ihr hier laufen. Mit Jack dem Eismasser ein bisschen raufen. Die Stände rundherum sind offen. Auf Jans fleißig teilen dürfen wir hoffen. Komm! 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 Yo! Danke.